Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktvideo von mir. Heute schauen wir uns mal etwas für den Intimbereich an, für die Pflege des Intimbereichs. Und zwar ein Spray, welches jedes normale Toilettenpapier in feuchtes Toilettenpapier wandelt. Es ist sehr einfach gehalten. Man muss einfach nur eine Hasnussgroße Schaum aufs Toilettenpapier ausspülen. Säubert damit ganz wie gewohnt seinen Po oder je nachdem, was noch gesäubert werden muss. Und damit ist alles erledigt. Ich selbst brauche dafür ein, zwei mehr, aber das ist gleich bei jedem etwas anders. Von daher, ich kann es empfehlen. Bei mir hilft es gut. Der Schaum ist natürlich ohne Konservierungsstoffe, ohne Duftstoffe, aber dafür mit pflegendem Avocadoöl, wie es hier so schön heißt. Und ist auch dermatologisch getestet. Inhaltsstoffe sind hier alle aufgeführt. Wie gesagt, davon kann ich euch, da werde ich auch ein Bild machen und es ins Internet stellen. Und die eine Dose hat 50 Milliliter, die andere 100 Milliliter. Und von den Anwendungen her kann man die kleine für 160 Mal nehmen. Durchschnitt. Und die große für 330. Genau. Sonst steht hier nochmal beschrieben, wie es genau gemacht wird. Und dementsprechend muss ich glaube ich nicht mehr viel dazu sagen. Ich kann es empfehlen und hoffe, dass ich euch damit geholfen habe und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten mal. Vielen Dank.